Mit zarten 16 Jahren und guten 2.500 PS ist sie der neue Stern in der Mini-Puller-Klasse. Der Cat Riesel hat das Zeug, um wieder ganz nach vorne zu fahren. Der alte Cat Riesel, so wie er jahrelang unterwegs war, der Serienmeister, er war ja sogar mal auf der Hofer-Meisterschaft Dritter in der Mini-Puller-Klasse und der neue Cat Riesel soll genau dort wieder hin. Deshalb haben sie ihn gebaut, nur dass der Hubert nicht mehr am Steuer sitzt, sondern die 16-jährige Melanie, der neue Stern in der Mini-Puller-Klasse, macht sich Startbewerb-Premiere bei der Outdoor-Saison 2018. Cat Riesel! Cat Riesel ist da, Paul Paul! Fürchtdorf, ich will euch alle hören! Zusemme! Zusemme!